Und Kjegn, du ist gewinn der jüdischen Technikum von Ort. Du ist die Vakante, die Polytechnik von Ort. Die Tür ist dieselbe, nur für euch ein Befotkarantin. Du im Technikum, von unserer Gelegenheit, Schiller, von ganz vielen. Als sie doch gewinn in jüdisch, wenn ihr dann gewinn im Museum, wie haben wir wissen, ein Komplett von 18 Büchern, auch das gewinn in jüdisch. Ich fand ja, das heißt, dass man halt gehabt hat, alle die Werte zu beschreiben, die technische Fragen. Auch, als in jüdisch. Und jetzt, das gefällt mir, Bertha. Mein Vater hat doch gearbeitet, wie Instruktor von Elektromechanik. In Hefe ist es gewinn Schmied und Holz. Der Unterschied von Kofners Technikum und von Wilmer in Kofner ist er gewinn, eine Obteilung von Freunden, haben sie gelernt. Schmiederei, Lassett macht, Hitl macht. Ich tu ist es gewinn, nur eine Ingolfschule, nur auf Knöpferen. Der Direktor hat gewinn Schreiber, welcher, und darum gearbeitet sehr gute Spezialisten, Ingenieure von ganz gut. Und da hat er gewinn, was der Wächter gewinn, wenn Schreiber hat gedient, in der Estreicher Schreiber hat, also in der Estreicher Schreiber hat, also in der Estreicher, wenn er hat, ist ein Dichter. Der Zerler, was mit dem Gewinn, ist er gewinn, in der Hittach. Und bei uns, wenn er gewinn, hat es 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 gewinn. Und er hat gewinn, hat es gewinn, hat es gewinn, hat es gewinn. Und er hat gewinn, weil er hat es gewinn, weil er sagt, Schreiber in unserem Gebiet zu lernen, um dies, wenn er hat es gewinn. Mein Vater hat doch geantwortet, vielleicht möchte ich ihm ein Buch verschreiben, wie viel, ich sage, dass er mir erzählt hat, 20, 30 Prozent, und die Überlegung hat er verschreiben lassen, wie wir. Und eben wohl ist gekommen, die Umführerschaft von Ort, da hat es gedenk ich noch gewinn, ein Kind, man hat sie gegeben, man hat mit sie gemacht, der Obmach, eine gewisse Summe, hat man sie ausgezogen, und die Mutter und der Pfarrer hat ihn nun wieder zum Winter gemacht. Da ist gedenk ich. Die Schule hat existiert, der Technik, und das existiert, geht ja noch rum. Er ist nachher gewinn, verwandelt in eine Lizei. Das ist dann weiter. Dort sind wir, wenn sie, sagst du, was wir sagen, der Mäuer. Der Mäuer gehährt zu, äh, zu zwei Igen, äh, Bestellungsspaisern, denen wir, äh, äh, sehr ungehaft, hat nun eine sehr tagländische Kinder in Poylisch. Und da sind wir in der Haus. Und das ist faktisch der Hähne von den einzigen Häuser, wo es mit Nothal und Fromme wurde, die, 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 die Tochter, ähm, die Tochter von, äh, stehnen, hat geharrter Passat inzwischen. Und so hat er wiesen. Und so hat er gestillt, nachher in die Zeitung, nachher in dieser Obraubnererin, nachher in dieser Spinnerin. So hat er verkiebt die Häus nachher, es gibt ein Mischbe. Ja, so hat er gewinnert der, was er dort gekiebt, die Häus. Und er ist doch noch unerkennt, dass das ist richtig. Und da ist auch der Minister. Und, äh, remontiert. Und er sagt, wir wenden noch dort mit, weil er sich in Doshir nicht verkauft. Eber wird noch Dinge nagieren, bitte sehr. Die sind auch jetzt in Ordnung. Das ist nicht weiter. Und, äh, ja. Der Son ist gewinnt. Der Son ist gewinnt in der Poylischer Partisane. Und, äh, der Son ist umgekommen. Und, äh, wenn, dann, dann bekommen wir, bei mir, die, äh, mit der Fräu, etwa von 40 Jahren, die gehörte mit meinen Kindern. Sie, oder die andere Fräu, wo wir zusammen haben, weil sie, die, es ist bei ihr, gewinnen, eine Fotografie von der Fräu von Epstein, mit einer Schwester. Und, wenn die Töchter, es gewinn, gekommen in Wilma, und, äh, das hier, äh, dann, übrigens, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh, die, äh. Das ist eine gute Doss, die wir sagen. Volksschule für religiöse Kinder. Wir haben viele Gäste, wir haben verschiedene Diener. Das ist eine gute Doss.